Willkommen bei den Finanznews. Heute stellen wir euch einen Beitrag von Peter Schiff in deutscher Übersetzung vor. Peter Schiff spricht über die aktuell dramatische Abwertung der Währungen, die Vertuschung der US-Regierung über die aktuelle Situation und die amerikanische Massenverarmung, die bereits eingesetzt hat. All das ganze Geld, das die meisten Menschen haben, oder zumindest das, was sie für Geld halten, wird nicht mehr lange Geld sein. Die Krise, in der wir jetzt sind, ist wirklich beispiellos in der Welt. Sicherlich haben wir schon einige Male schlechte Zeiten gesehen. Wir haben Hyperinflationen gesehen und wir haben gesehen, wie Währungen zerstört wurden. Und wir haben viele Menschen gesehen, die verarmt sind. Das ist alles nichts Neues und dies geschieht schon seit längerer Zeit. Doch die Probleme, die wir zukünftig sehen werden, werden ganz neue Dimensionen annehmen. Wir stehen vor einem Wohlstandsverlust, der in einem Ausmaß vorkommen wird, das wir zu keiner Zeit jemals erlebt haben. Sehr viele Menschen werden sehr viel Geld und Vermögen verlieren. Das ist einer Nation, die so groß ist wie unsere Vereinigten Staaten noch nie passiert. Es ist noch nie mit einem Land passiert, welches eine Weltreservewährung besitzt. Der Staatsbankrott, die Verarmung Amerikas und eine Inflation haben tiefgreifende Auswirkungen weit über die Vereinigten Staaten hinaus. Es handelt sich also um ein globales Ereignis, auch wenn sich ein großer Teil des Schmerzes auf die USA konzentriert. Und es geht hier nicht um eine Pandemie oder einen Krieg. Die sind nicht das Problem. Der dilettantische Umgang mit der Situation ist ein Problem. Aber das ist nicht einmal der Hauptgrund, warum wir diesen massiven wirtschaftlichen Zusammenbruch erleben werden. Tatsächlich werden nicht die Fehler, die die Regierung seit 2020 gemacht hat, zum Untergang führen. Es sind all die Fehler, die lange vor dieser Megakrise gemacht wurden. Die Regierung hat nicht erst vor kurzem angefangen, diese Fehler zu machen. Und die US-Notenbank hat diese ganzen Maßnahmen nicht erst seit Anfang 2020 gestartet. Es hat 2008 begonnen. Die 0%-Zinspolitik nach der Finanzkrise wurde nicht erfunden, weil wir eine Pandemie hatten. Alles, was die Regierung nach der Finanzkrise 2008 gemacht hat, war ein riesengroßer Fehler. Die gesamte Geld- und Finanzpolitik war falsch. Infolgedessen haben wir uns nie wirklich von dieser Finanzkrise erholt. Wir haben einfach alle Probleme, die diese damalige Krise verursacht hatten, weiter vor uns hergeschoben. Als die Blase 2008 platzte, hatten wir die schlimmste Krise seit der großen Depression von 1930. Doch jetzt wird es noch mal viel schlimmer werden. Denn damals hatten wir immerhin noch einen Goldstandard, der zwar nicht eingehalten wurde, aber zu dessen Einhaltung wir durch die Krise wieder gezwungen wurden. Geld gewann damals tatsächlich an Wert, denn es war zumindest prozentual noch an Gold gekoppelt. Jeder unserer Vorfahren, der damals zu dieser großen Depression nicht in den Aktienmarkt oder den Immobilienmarkt investiert hatten, sah sein Geld an Kaufkraft gewinnen. Assets sind nach der Krise viel günstiger geworden und die Lebenshaltungskosten sind gesunken. Wir Amerikaner werden dieses Mal nicht so viel Glück haben. Sehr viele Menschen werden verarmen. Menschen, die sich nicht mit Sachwerten abgesichert haben, werden große Probleme bekommen, weil der Dollar scheitern wird. Die Regierung gibt mehr Geld aus als je zuvor und das meiste Geld wird von der Fed einfach nur gedruckt. Ohne Backup, ohne ein steigendes Bruttosozialprodukt, ohne steigende Bevölkerungszahlen, ohne steigende Rohstoffreserven. Von jedem Dollar, den die US-Regierung ausgibt, werden mittlerweile mehr als 60 Cent einfach nur gedruckt. Die Fed druckt also mehr Geld, das die Regierung dann ausgeben kann, als die Regierung an Steuern einnimmt. Warren Buffett erklärte uns bereits, dass wir Inflation haben und er definierte die Inflation korrekt als versteckte Steuer. Es ist eine Ausweitung der Geldmenge zulasten der Bürger. Buffett sagte, es ist die grausamste Steuer von allen, denn weniger als einer aus einer Million, versteht sie. Die Regierung hat propagandistische Anstrengungen unternommen, um die Menschen zu verwirren, sodass nur wenige Menschen sich im Klaren sind, was Inflation eigentlich bedeutet. Es ist eine Ausweitung der Geldmenge. Es ist eine Steuer, eine Steuerlast für Menschen, die sparen und Dollar besitzen. Wir sind dabei, Amerika durch Inflation in den Ruin zu treiben. Wir werden die Lebenshaltungskosten weiter steigen sehen, und das wird sehr schnell passieren. Es wird viele Menschen sehr unerwartet treffen, weil sich einfach zu wenig Menschen ausreichend informieren und auf schlechte Zeiten vorbereiten. Die einzige Möglichkeit, wie die Federal Reserve verhindern könnte, dass der Dollar zum Spielgeld wird, ist eine komplette 180-Grad-Wende in ihrer Vorgehensweise. Die letzte Person innerhalb der US-Notenbank, die das Richtige getan hat, ist heute leider nicht mehr am Leben. Es war Paul Volker im Jahr 1980. Warum brach der Dollar in den 1970er Jahren zusammen? Weil wir in den 60er Jahren zu viel Geld gedruckt hatten für Finanzierung eines dämlichen Vietnamkriegs und für diverse Sozialprogramme, um das zu verschleiern, stieg die Nixon-Regierung einfach aus dem Goldstandard aus. Der Dollar verlor über Nacht etwa zwei Drittel seines Wertes gegenüber anderen Währungen wie der Deutschen Mark, dem Schweizer Franken oder dem japanischen Yen. Gold stieg zu dieser Zeit um das 20-fache von 35 Dollar pro Unze auf über 800. Der Ölpreis stieg um das 10-fache. Der Dollar wäre damals fast gescheitert. Aber dann hat Paul Volker die Zinsen um fette 20 Prozent angehoben und somit konnte er das Vertrauen zum Dollar wiederherstellen. Doch heute funktioniert dieser Prozess nicht mehr. Denn die Zinsen können nicht bis zu 20 Prozent steigen. Das ist unmöglich, denn wir haben aktuell so einen hohen Schuldenberg angehäuft, dass es unmöglich ist, die Zinsen zu erhöhen. Aber um den Dollar vor einem Zusammenbruch abzuhalten, muss die Federal Reserve leider die Marktzinsen steigen lassen. Ich denke, die Quote müsste tatsächlich über 20 Prozent gehen. Aber genau hier ist angesichts der unendlichen Schulden nun ein massives Problem. Wir können uns nicht mal einen Bruchteil davon leisten. Wenn die Fed also das Richtige tut, um zu verhindern, dass der Dollar zusammenbricht, muss die US-Regierung auf ihre Staatsanleihen verzichten. Die Mehrheit der Schuldner wird am Ende in Verzug geraten. Und das wird nicht nur die US-Regierung sein. Die Regierung wird nicht nur ihre Staatsanleihen nicht bezahlen können, sondern sie wird auch ihre Rentenverpflichtungen nicht erfüllen. Und es wird unter anderem zum Ausfall von Sozialleistungen, Medicare-Leistungen und garantierten Darlehen kommen. All diese leeren Versprechen werden aufgedeckt, wenn die Fed das Richtige tut. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Regierung und die Zentralbanken zukünftig einen anderen Weg einschlagen? Also bleibt am Ende. Anstatt das Richtige zu tun, wird alles noch viel schlimmer werden. Und wir werden die Zinsen nicht ausreichend steigen lassen. So wird der Dollar weiter an Wert verlieren. Die Inflation wird die USA und viele andere Länder regelrecht verwüsten. Ich fasse zusammen. Das große Problem ist, dass wir 1971 zwar vom Goldstandard weg gingen, aber den Dollar als Weltreservewährung beibehalten haben. Die einzige Möglichkeit, das zu reparieren, ist nun, den Dollarstandard aufgeben und zurück zum Goldstandard gehen. Denn das System, was wir aktuell versuchen, am Leben zu halten, kann nicht mehr funktionieren. Die Stufe 2 der Vernichtung Ihres Vermögens hat begonnen. Die Inflation hat sich sprunghaft von 1 auf 5 Prozent erhöht. Der Anstieg ist eine Erhöhung um 400 Prozent. Was bedeutet es für Ihre Vermögenswerte? Angenommen, Sie haben 100.000 Euro auf Ihrem Konto. Bei 5 Prozent Inflation haben Sie nach 10 Jahren einen Kaufkraftverlust von 40.000 Euro. Sie verlieren also dadurch 40 Prozent Ihres Vermögens in nur 10 Jahren. Genau das tun Sie, wenn Sie Ihr Vermögen ungeschützt lassen. Mein Name ist Alexander Streb. Ich bin seit über 35 Jahren Unternehmer, Mitbegründer der Vermögensverwaltung German Capital Management AG. 400 Prozent. Eine Situation, wie wir sie heute sehen, habe ich in meiner ganzen Karriere seit über 35 Jahren noch nie erlebt. Man greift Ihnen damit persönlich ganz, ganz tief in Ihre Taschen. Was, wenn sich diese Inflationsspirale immer weiter nach oben dreht? Was, wenn es 10 Prozent Inflation wäre? Dann bleiben Ihnen von diesen 100.000 nur noch 38.000 Euro. Sie hätten also in 10 Jahren über 60 Prozent verloren. Man könnte diese Entwicklung als völlig unrealistisch einstufen. Allerdings schauen Sie einfach mal in die Türkei. Dort gibt es im Moment eine Inflation von 48 Prozent. Sie würden dabei jedes Jahr die Hälfte Ihres Vermögens verlieren. Und die Europäische Zentralbank hat in den letzten beiden Jahren 25 Prozent aller umlaufbehindlichen Euros neu gedruckt. Dieses massive Gelddrucken verstärkt über kurz oder lang die Inflation immer weiter. Fakt ist auf jeden Fall, wir befinden uns dadurch an einem sehr gefährlichen Punkt, an dem sich entscheidet, ob diese Geldvernichtungsspirale sich weiter nach oben dreht oder ob sie sich vielleicht wieder stoppen lässt. Dieses Hyperinflationsgespenst ist nicht die einzige Gefahr für Ihr Vermögen. Es gibt noch eine Menge weitere Gefahren, die Ihre Vermögenswerte bereits jetzt massiv bedrohen. Wenn Sie wissen wollen, welche Gefahren noch auf Ihr Vermögen lauern und vor allem, wie Sie sich dagegen wehren, wie Sie sich dagegen schützen können, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder Digitalenwährung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter dem Video und wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streb. Bis bald, Ihr Alexander Streb. Bis bald, ihr hare massacre. Bis bald, ihr currently schützt. Was er wollen, wie Sie sich an. Bis bald, Ihr Adolfsang. Jetzt manifestieren Sie Koning. Wir sehen uns das dia mit, was TTA client hierher pergunta. Bis bald, Josie, Adolfsang. Naidirampieces personnes. Bis bald. Träte Bigrei. Bis bald. 1500 Lucky Körner. Bis bald, bis bald. Bis bald, Bis bald. Bis bald, bis bald zu live. Untertitelung des ZDF, 2020